Das Erstarken populistischer Parteien war gewissermaßen auch Thema des IHK-Neujahrsempfang am Donnerstag im Maritimhotel. Auch wenn keiner der Redner das Wort AfD in den Mund genommen hat. Denn welche Wirkungen wird das Erstarken des Rechtspopulismus auf der ganzen Welt auf das Zusammenleben in Europa haben? Weshalb man sich wohl entschloss, auch für 2019 das gleiche Motto wie im letzten Jahr auf das Plakat über dem Orchester zu schreiben. Wohin steuern Wirtschaft, Politik und Gesellschaft? Auch deshalb waren die Reden mehr oder weniger dieselben wie 2018. Denn eigentlich hat sich an den politischen und ökonomischen Randbedingungen nicht wirklich etwas geändert. Nach wie vor gibt es Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Nach wie vor ist die A14 nicht fertig. Nach wie vor jammert die Wirtschaft über Fachkräftemangel. Und das veranlasste zumindest den Ministerpräsidenten, den anwesenden Unternehmern einmal ins Stammbuch zu schreiben, dass er sich genau deswegen wundere, wieso Jungfacharbeitern immer noch so viele zeitlich begrenzte Arbeitsverträge nach der Lehre angeboten würden. So könne ein junger Mensch sein Leben nicht planen. Denn wenn nicht in Sachsen-Anhalt, dann eben anderswo. Wohin steuern Wirtschaft, Politik und Gesellschaft? Diese Frage konnte auch Festredner Norbert Lammert nicht beantworten. Er versuchte sich deswegen eher daran, sich an möglichen Zielen für die Zukunft abzuarbeiten. Denn wenn die Rechtspopulisten an Einfluss gewinnen würden, so Lammert, könnten die einzelnen Nationalstaaten in einer globalisierten Welt in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ein bestes Beispiel wäre schon jetzt Großbritannien, dass bereits nur durch den anstehenden Brexit wirtschaftlich und politisch auf dem besten Wege sei, nur noch eine kleine Insel in der Nordsee zu werden. Insofern werden wohl durch die Europawahlen Mitte des Jahres 2019 wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Ich glaube, dass wenigstens darüber Einigkeit bei einigen Zuhörern bestand. Ob sie allerdings die Lage alle gleich bewerten würden, vermag ich nicht zu sagen. Denn im Anschluss an die Festrede überwogen bestimmt die Geschäfte bei den Gesprächen am Buffet. Und die sind für steuerzahlende Unternehmen mindestens genauso wichtig.